Liebe Leute, ab pro Liebe, wir, die Familie Knasterbad, wir haben uns ja alle besonders lieb. Und die Frage ist ja, wem von euch dürfen wir denn auch lieb haben? Wer von euch heißt mit Nachnamen Knasterbad? Wer von euch gibt nicht zu, dass er mit Nachnamen Knasterbad heißt? Welche von den Mädels wollen noch Knasterbad werden heute Nacht? Können wir alles regeln nach der Show? Also liebe Leute, für alle, die sich jetzt gemeldet haben beim ein oder andere Mal, die Familienhymne vorgetragen vom FIPS. Mein Stammbaum ist ein Kleid! Jetzt haltet mal die Schnauze! Und aus meiner Geschichte Einst heiratete ich aus Liebe eine alte Witwe. Die hatte eine Tochter, die bereits erwachsen war. Und mit ihr vermählte sich mein alter Papa. Ich musste etwas schrutschen, denn mir wurde klar, Dass mein Vater ist, mein Schmiedersohn gehört worden war. Und mein Töchterlein nahm meiner Mutter Platz. Denn schließlich war sie ja die Frau von meinem Pakt. Ja, mein Stammbaum ist ein Kreis. Ein paar Monate später, also kamen wir mit Sohn. Und bei seiner Geburt war er gleich Zeit geschoben. Der Schwager meines Vaters, als Bruder seines Feins. Und als Bruder meiner Mutter war der auch mein Okkul. Der Schwager meines Vaters, als Bruder war der auch mein Stammbaum. Die simultan auch noch meine Stiestochter war. Ein Kindesund mit Sohn, wie so mein Bruder wurde. Und die mit Sohn mein Enkel gibt das Beier, das Absurde. Mein Stammbaum ist ein Kreis. Ja, mein Stammbaum ist ein Kreis. Mein Stammbaum ist ein Kreis. Ist ja eh gar nicht weit. Mein Stammbaum ist ein Kreis. Mein Enkel, Kind und Bruder meines Vaters, Tochter, Sohn war. Wurde meine Irnfrau, zugleich auch meine Oma. Das ist ja ganz natürlich, entschließend quasi ja. Mein Enkel, Kind und Bruder meines Vaters, Großmama. Ich bin der Bruder des Sohns, der Tochter meiner Frau. Und ihr merkt das alle schon, das macht mich ganz genau. Zu ihrem Enkel, Kind und Bruder, ich bin der Mann von meiner Oma. So, Wolf, Wolf, ist mein Eiler, Oma. Ja, mein Stammbaum ist ein Kreis. Ja, mein Stammbaum ist ein Kreis. Mein Stammbaum ist ein Kreis. Unser Stammbaum ist ein Kreis. Unser Stammbaum ist ein Kreis. Hamburg! Trägt ihr noch? Was war das denn? Lauter, Hamburg, habt ihr noch Energie? Da, wir sind richtig ausgerastet. Sobald Fido in ihr losgeht, springt ihr in die Höhe, klatscht im Takt. Gleich euch ein Kleiderverbleib, sofern auch nicht geschehen, lasst es völlig aus. Bei Peter, Wendler, Chance. Fido, bist du so weit? Bist du so weit? Zeig sie, zeig sie. Bis hier, bis hier, muss ich zählen. Schaffst du. Schaffst du. Schaffst du. Schaffst du. Untertitelung. BR 2018